Wenn eine Person im Krankenhaus ist, muss sie dann dort auch beten? Ja, natürlich, sie muss auch beten im Krankenhaus, sie muss überall beten, in jeder Lebenslage. Außer natürlich eine Frau, die ihre Tage hat oder ähnliches. Aber so gut sie kann. Wenn sie nicht im Stehen beten, kann dann im Sitzen. Wenn sie nicht im Sitzen beten, kann dann im Liegen.